Mann, du hast den Bogen raus. Ja, ja, ich bin eben gut. Hey Boss, vergiss nicht, wie man sich dreht. Bewege deine Hand an den linken Bildschirmrand. Halte die Bewegen-Taste gedrückt und mache mit der Hand eine Kreisbewegung. Ich bin dir doch nicht zu schnell, oder? Wieso solltest du mir zu schnell sein, hm? Na auf. Mann, du hast den Bogen raus. Perfekt. Eigentlich würde ich das ja alles mit der mittleren Maustaste machen. Aber das funktioniert ja noch nicht, da ich die Möglichkeit noch nicht habe. Gut gemacht. Nun zur nächsten Lektion. Folge mir. Dieses Mal bleibe ich allerdings stehen, wenn du dich zu weit von mir entfernst. Solltest du mich überholen, bleibe ich ebenfalls stehen. Mal sehen, ob wir unseren Spaziergang in weniger als fünf Minuten schaffen. Was? Denk daran. Wenn du eine Übung neu starten möchtest, drücke die Leertaste. Mit der Escape-Taste kannst du das Tutorial beenden. Ich werde das jetzt mal durchziehen. Einfach. Auf geht's. Weil ich das noch nie gemacht habe. Ja, lass mich doch auch laufen. Ich würde dir sagen, ich zoome mal ein bisschen, aber das geht ja noch nicht. Na ja. Ach Gott, nee. Warte mal, da waren wir doch schon. Wir haben ja doch angefangen mit der ganzen Übung. Na ja, was soll's. Weiß er doch. Hä, wie ist er denn stehen geblieben? So weit weg war ich nicht, habe ich ihn... Ich habe ihn überholt. Seitlich. Da ich seitlich gucke, habe ich ihn überholt. Hm. Er gibt dann irgendwie doch Sinn. Ei, 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 ei. Na komm schon. Jetzt redet er noch nicht mal mehr mit uns. Tja. Tja. Naja, was soll's. Ach ja. Lauf deine Runde endlich mal zur Verengde. Hier gibt's ja nicht. Keine Ahnung, woher ich das hab. Tja. Ich glaube, ich weiß, warum ich das noch nie fertig gemacht habe. Es dauert eigentlich einfach einen Moment. Na also. Großartig. Wir haben's geschafft. Kommen wir nun zur nächsten Lektion. Ich zeige dir jetzt, wie du den Blickwinkel erhöhst oder senkst. Ist gut. Ich gehe nun diesen Pfad hinauf. Folge mir, indem du deinen Blickwinkel änderst. Bewege dazu die Maus an den oberen Bildsch... Am oberen Bildschirmrand werden die Pfeiler... Bewege die Maus anschließend auf und... Du wirst sehen, wie sich dein Blickwinkel... Versuche es und behalte mich immer im Auge. Denk daran. Mit der Escape-Taste kann... Drücke erneut die Es... Ja, dass wir da ein bisschen was wegklicken können. Ich soll den immer im Auge behalten, ohne mich da zu bewegen. Ich kann mich nämlich gerade nicht bewegen. Ich versuch's. So, da oben rennt er über den Hügel. Ich fürchte, das musst du noch üben. Folge mir nun beim Abstieg. Was zum... Versuche es und behalte mich immer im Auge. Mach ich doch. Du läufst irgendwo in der Mitte von meinem Bildschirm rum. Wegen würde ich mich zwar auch, aber... Das geht eben nicht. Naja. So, und jetzt stehst du wieder da unten. Du brauchst etwas mehr Übung. Verliere mich nicht wieder aus den Augen. Ich kann nur hoch und runter. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann... ...wein gar nichts. Ausgezeichnet. Das war sehr gut. Folge mir nun beim Abstieg. Ja, ja. Ich darf ihn für keine Sekunde aus dem Bild rauslassen. Das war die Nummer. Ich hab ja immer kurz in die falsche Richtung gedreht. Und da hab ich den dann aus dem Blick verloren. Und das war wohl der Fehler, den er mir angekreidet hat. Aber naja. Jetzt hab ich's ja und dann... Ist auch wieder gut. Gut gemacht. Du hast den Bogen raus. Du bist bereit für die nächste Lektion. Schön. Hallo. Ich zeige dir nun, wie du die gelernten Elemente kombinierst. Was hältst du von einem kleinen Spaziergang? Folge mir und setze alle bisher gelernten Fähigkeiten ein. Denk daran. Wenn du eine Übung neu sch... Mit der S... Drücke erneut die... Auf geht's! Ja, auf geht's, sagt er und gehen wir. Heißt es im... Naja, im Text. Ja, endlich. Ich kann meine mittlere Maustaste benutzen. Da kann ich nämlich drehen und heben und alles gleichzeitig. Und zoomen kann ich auch schon. Könnte ich praktisch rauszoomen? Ich bin hinter mir und behalte mich im Auge. Sehr gut. Ich darf nicht rauszoomen und ihn von daraus beobachten. Wäre ja auch zu einfach. Jetzt lassen wir ihn ein wenig laufen, weil da müssen wir so lange nichts machen. Und dann gehen wir wieder ran, bevor er anfängt sich zu beschweren. So, jetzt ist er gerade durch den Stein gelaufen. Ich glaube, das ist so nicht geplant, aber was soll's. Wir haben ja eh sehr lineare Wege gewählt, damit er laufen kann. Aber hey, was soll's, ist nicht mein Problem. Interessant, dass sie hier Krähen rumfliegen lassen und keine anderen Vögel. Komm, lauf weiter. Komm, rennen. Gehen ist so langweilig. Auf geht's. Hopp. Wer ist der Weg eigentlich noch? Wahrscheinlich geht's da vorne um die Kurve. Ei, ei, ei. Gib mir mal ein bisschen Gas hier. Hopp, hopp. Na also, es geht doch. Ich wette, ich könnte hier so... Bleibe dicht hinter mir, damit du siehst, wohin ich gehe. Ja, ist ja gut. Ich wette, ich könnte hier so stehen bleiben, wenn er die Kurve läuft. Oder bis, wenn er an dem Punkt, wo er da ist. Irgendwo. Aber, das kann ich gerade wohl nicht machen. Komm, sag nicht, dass du jetzt hier gerade ausläufst. Ich wollte schon sagen. Na, komm schon. So, ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, ist das hier... Gibt's hier ein Belohnungssystem für das Ganze? Hm. Weil, im ersten Teil gab's... Also, im zweiten gibt's ja jetzt die Nummer mit dem Tribut, die du dann da... äh, den du bekommst. Für den du dir dann Sachen kaufen kannst. Ähm... Und den gibt's natürlich jetzt hier nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, bekommen wir irgendwas dafür, wenn wir fertig sind oder nicht. Hm. Das ist eigentlich eine interessante Idee. Vielleicht krieg ich ja einen Wunderspender oder sowas. Ähm, Wunderspender, äh... Für die, die den nicht kennen, ähm... Werdet ihr noch kennenlernen? Ähm... Die, die den eben kennen, wissen, worum es geht. Ist nur die Frage, welches Wunder denn dann da draufkommt. Aber... Wenn überhaupt, werden wir das ja dann schon sehen. Hm. Na, Opi, kannst du mal wieder ein bisschen rennen? Das wär so ein bisschen... ...hilfreich. Ich würd das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schneller machen. Bleib dich hinter mir, damit du siehst, wohin ich gehe. Ja, bin ich doch. Mal ein bisschen voreilig gedreht, vielleicht. Ja... Hör, ja... Alte Männer... ...sind schon komisch. Zumeist. hinter ihm noch mehr hinter ihm ich sehe schon wo der weg hinführt der geht nämlich wieder nach oben das wird auch noch einen moment dauern wenn er das nicht durch ein ball wollen wir mal hoffen dass er ihn nicht überrollt bleibe dicht hinter mir und behalte mich im auge ich behalte dich ja im auge ich bin echt der meinung dass es im zweiten teil umgedreht ist dass man sich mit der rechten maustaste bewegt wenn man viel mehr mit der linken macht naja was soll's man kann sich an alles gewöhnen bleibe dicht hinter mir und behalte ich bin dann hier vorbei auch nur weil ich zu weit nach vorne gegriffen habe weil da ist das ein bisschen empfindlicher als wenn man hier greift also nur um das zu erklären ich bewege mich jetzt dieselbe distanz was geschafft großartig du hast es geschafft es ist zeit für die nächste lektion ich zeige dir nun die zoom funktion sie ist halte die wege nun versuche denkt er mit der es drücken halte die aktions und die bewegen taste gedrückt gut halte die tasten gedrückt und bewege die maus zu dir um einen blick auf die ganze insel zu werfen verringere den zoom faktor mit dem mausrad wenn es dir beliebt ja mausrad raus so mann raus hatte nun die tasten gedrückt und bewege die maus nach vorne um den ausschnitt zu vergrößern hammer doch sehr gut du hast den bogen raus es wird zeit dass ich dir zeige wie man gegenstände einsammelt keine sorge diese teddies sehen etwas verloren aus führe die hand über die teddies und drücke die aktionste halte die aktionstaste gedrückt und bewege die maus setzte sie nun in diesem graben ab drücke einfach erneut die aktionstaste um sie loszulassen nur zu versuch's setzer denkt daran mit der escape drücke erneut die es gut das loch soll ich die teddies werfen habe ich kein problem mit aber wir können uns sogar bewegen und das bedeutet wiederum wir können das ganze versimpeln und zwar relativ schnell also dann kann man das ganze relativ schnell machen so alle teddies sind weg großartig du hast es geschafft es wird zeit für die nächste lektion ich zeige dir jetzt eine andere art zu reisen doppelklicke mit der bewegend hast du auf eine beliebige jetzt mit dieser methode zur insel aber wohl wir sind ja eh schon auf einer insel mit denkt aber mit der es drücke erneut die es gibt um die zeit was der kerl gut gemacht eine komfortable art zu reisen nicht wahr ja jaja